Doch, ich hab's dir gesagt. Wo war jetzt das Problem? Ja, ja, passt schon. Das ist die geile fette Puffen. So war auflegen. Nein. So. Problem gelöst. Ja. Äh... Aber die Jeepkarten haben wir doch genommen. Ja. Aber ich hab mir die Jeepkarten durchgenommen. Ja, da weiter, da weiter. Was? Ich kann mich nicht konzentrieren, da ist so dicke Luft. Ich hab's nicht gesehen. Ja, die Silberpolis sind sicher verwahrt, schön. Was liegt da herum? Zwei Leichen. Ja. Ja. Aber ich hab doch diese Jeepkarte und das Notizbuch. Ja, dann bleib mal, kannst du da eigentlich schon ein Notizbuch. Da ist ja auch was da drin. Ja, dann holst du's halt. Ehm... Ja, wir kommen... KANNN Oh, da ist die Kombination für einen Tresor und da weiter Schlüssel drin sei. das kann wahrscheinlich sein mehr 6 Pro so nur schauen was man tut ja genau Maximus 40 genau und das ist also da und das ist also der andere Weg nicht mehr das ist Kurzlauf muss dann auch beweise Beweisung so gibt es noch nicht Nö, dann... holen wir uns unsere Babys wieder. Unsere Silberballer. Schaut dir in der Zeit mit, oder? Mit Pfeifen, nein. Also dann, Jungs, war nicht mit euch, aber die können wir. Jawohl, Frau Knoll. Yeah, ich hab meine Silberballers, Baby. Und tschüss. Was? Das ist bei dir normal. Ja, normal nicht. Wie es das erste Mal durchgespielt hat, bin ich einmal entdeckt worden. Schau, bitte. Anzugspflicht, haben wir es schon wieder. Ja. Es wäre kein Diebstahl. Entenjagd. Kommt auf das Mädchen an. Polizist von Hope. Cool, weiter. Im Text. Beweis hätte es auch gegeben, gell? Irgendwo. Nur wo ist die Frage? Es wäre scheißegal, wer oder was er ist, ob wir dieses Problem lösen würden. Aber es muss gelöst werden. Sir, wir haben ihn. Burdi hatte recht, er ist in Hope, ist aufgekogelt. Und Victoria? Ähm, sie ist nicht bei ihm. Okay, macht mal die Ohren auf. Ich gebe grünes Licht für die Operation. Ich will 47 Schädel auf einem Silbertablett serviert. Sir, denken Sie nicht, wir sollten uns zuerst darum kümmern, das Mädchen zurückzuholen? Nein, Jade. Zuerst wird der neutralisiert, der diese Lage zu verantworten hat. Er wird wissen, wo sie ist, glaub mir. Kriegen wir 47, kriegen wir auch das Mädchen. Wir dürfen auf keinen Fall versagen. Du Loob. Schicken Sie die... die Saints. Saints Row. Uh. Wir sollen den Lenny rasieren. Jawoll. Style. Ja! Okay! Zeit! Okay! Zeit, Zeit! Und jetzt werden wir das inferieren. Ja! Hat Tyler dir von seinem Plan erzählt? Wir schnappen Dexter die Kleine vor der Nase weg und verkaufen sie selbst. Hey, Tyler ist sogar schon mit der Konkurrenz in Kontakt. Wir reden hier über einen sechsstelligen Betrag. Stammt! Mr. Dexter ist niemand, mit dem man sich anlegen sollte. Die Hope Kugels planen eine Intrige. Naja. Damn it. Das ist Gang eliminieren. Dann werden wir wohl seine Gang eliminieren. Und zwar ist da irgendwo eine Flasche. Diese benötigen wir, um sie hierher zu werfen. Nein, sicher. Ist da jemand? Wer da? Du hast schon recht rasch durch, gell? Ja, ja. Zum Kontrollpunkt. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Was denn? Gewehr oder was? Nein. Sondern? Den Typen holen wir uns. Achso, ja stimmt. Da war da eigentlich ein Snipergewehr gewesen. Aber das will ich ja. Brauche ich ja gar nicht. Das war die Aktion eigentlich umsonst, aber nett, um zu zeigen, wie man sich das Snipergewehr holen könnte, ne? Das da nämlich oben am Fenster gelegen ist. Oh, noob, du. Kack, noob. So. Hi, Kollegin. Ich war schleichende Gegend umeinander, Alter. Ja, und hey. Beweis, gell? Was? Nein. Oder? Nein. Also, Flasche. Da hast du gar kein Beweis. Nein, nein. Das mach ich nicht mit. Es ist mir egal, dass Sie der neue Boss sind. Das Mädchen, die kleine Schlampe, ist jeden Penny wert. Und wir wissen beide, dass Daniel Armin nicht unbedingt arm ist. Für wen halten Sie mich, verdammt? Hey, du hast hier nichts verloren. Oh ja. Das war jetzt so nicht geplant. Ja, 100er Steini, Alter. Aber es geht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er oben ist. Ganz ehrlich. Hey. Weil letztes Mal habe ich den mit C4 ausgehalten. Mit dem da. Das habe ich nämlich da zum Herd gelegt. Ja, das wird sich jetzt aber auch nichts mehr bringen. Und das Gas ausströmt. Schnee raus, schnee raus, schnee raus. Ach so, wie kommt denn eigentlich ein Mal-G, gell? Ja. So. Vielleicht verarschen. So. 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 Vielen Dank.